1 Moin an, herzlichen Willkommen, ich bin durchs Gaming Channel, SNM ist der Two Faces. Das ist relativ lange hier, dass wir darüber ein Video bei diesem Channel waren. Ja, das war ganz einfach so, dass ich keine Lust hatte, respektive mir keine Lust hatte zu spielen in die Kommentare. Und dann kern paar. Ja, ich bin gelaufen und ich hab mit ihnen gemerkt, schon mal in einem Umfang, live Plugs 2! Und ich bin gelaufen und ich spiel ein bisschen Gun Game. Weil das war relativ big, schon mal beim Ancient-Deal. Das war relativ gut für Rio. Jetzt könnt ihr es ruhig, so bleiben wir nicht in ein Lobby, wo... FUTRON schon so gut wie GLOVERS Ah, nein, geht reichen, okay, gut Und, ja, kurz zu GUNGAME, ich habe noch nicht so viel GUNGAME gespielt Oh, schlecht Ich habe noch nicht so viel GUNGAME gespielt, dass die ZWETRON, so am ganzen Ähm, ja, das ist ein mehr große Veränderung im Paraport zum Black Ops End Das sind die ZWETRON GEMOBIL 1 oder ALGUT, die ALGUT, die WAGER-MATCHES AITCH PASCH Äh, man zwar aus DRAWER DAUR TIEF Und das von der schon relativ gut verkommen, ich kann ebenso verstopfen Und lass es euch Ja, genau Ah, geht gut So, links Das ist mal schade, schon So, du gagst mal mehr Du warst aber weniger, weniger, nur Full-Drop Boah, die war so scheiße, ich geh mal, geh mal den ins Komm, lo, aber Boah, leck, ich hab' auch schwer Geh'n schnell mir hin, ich geh'n bock mit dem Tisch Lo, aber Lo, 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 lo Komm, komm Läuft doch stuh'n Das hat doch gar nicht Sinn Kann einfach nicht Sinn Mo, lo, 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 lo Komm, 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 komm ich hab einfach gekriegt gekriegt den Humor ja genau wie geht weit den scheiß Schuttgang und hier haben wir so viel Arschmann und lösch und lösch sind wir ansteuern schauen ja genau ich bin zu rettieren so kohle schlug korps vorbaut so nackst so flog in mein klang sie gestochtet zu furcht was 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 mal klangspot von man kann dann gut kontrollieren ok dann auslosch nochmal, ich hab kein sagen wie könnt ohhh ein Inputs ohhh, schass ein Inputs pff, das war Chance, das war Chance uiuiui den haben wir zu spät gesehen den haben wir zu spät gesehen uiuiui uiuiui 1 zu schuss das Problem ist ich will doch nicht die Waffe vollautomatisch sind oder nicht falsch und Multiplayer proteger mit den Zeug zu spielen ähm ich will das teuerlich meinen zwei Trommel aus, ich will nicht so genau wie das ein Stück ein Logitech, den dort herausstehen so, die Nummer okay, ich komme aber relativ nur in den A-Störern komm rein nice nice ich guckte ihn nicht warte und schreit nicht so, die Palisten noch neee, ich wollte nicht so auf Dreck für den Neuranden ahhh, mies ne, mein Hitmarker ne, mein Hitmarker, was lief denn da? das ist halt ich will nicht die Hitmarker ich kann nicht erzählen weh, aber da kommen sich die Dächse ab, ne? keine chance wo ich die europäische schnitzel versprechen na das ist wünschen den schick gesagt ich habe es nicht doch aber genau genauso nachdem um zum 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 ein Wartel Meister immer neu ist Marsch Gründer Wucht meist meistens das Luget hat Luget hat Romney zu Prüven an den Wissen vor Gertrischte Schachtel nein es war ein neues von Meistern ab der Seite der Reise okay Bonnett Kratz Börschsturz von Schultzen Aber gut. Gewonnen hat es gewonnen. Und dafür, dass wir zwei 7er-Muffer-Karten haben, das ist noch relativ akzeptabel für mich. So, wie lange haben wir gebraucht? So ungefähr... So lange? Ah, holen wir noch einen. Und zwar... Ja. Slums. Slums ist cool. Ich kann schon ein wenig klosterweise mit denen ich viel gespielt tun. Das ist mein Gott. PDW. Ja, es ist mehr so viel zu rutschen, viel laufen. Das ist der Anfang. Das ist so ein... Ich muss sagen, es ist eine dreckige Kombination. Weil die Mech klacken einfach ja erst minen du hin und direkt in die Schockladung und du brauchst einfach... ...gepickt. Es ist einfach keine Chance hier rauszukommen. Dann... Ballista hat ja schon nicht so viel gespielt. Äh... Ja... Ich habe auch schon mal probiert. Aber... Ich meine... Ich meine, das ist... ... das ist... ... das ist ein drastische Magazin, das ist nur... ... nur noch zu besorben oder so. Aber wenn ihr das Spiel spielt, dann... ... sind die 120 Kohlen relativ sehr fort. Und... ... und... ... dafür... ... das Garant auf dem Wisch. So, hallo... ... Gummihäu! Alle Feinde ausschalten! Sie dürfen nicht wissen, dass wir existieren! Hm... Nein, das kann nicht. Wo, 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 wo hast du? Ah, er lebt fort. Pasch. Merz. ... 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 Nein. Er ist stark. Hier. Nice. Oh, das ist quasi englisch. Ich kann diese Misee auf den Fortschritten machen. Keine Chance. Komm her, komm her, komm her. Okay. So, die Heus-Shotgun, die hausse nicht. Oh, ich hausse nicht richtig. Ich gehe nicht nach denen zu. Die drei Feier. Schuss wird's aufgehört. Dann... Na, das tut mir eigentlich. Oh, ich krieg noch. Kurze lang. Wow. Tests sind alle. Schuss können, ob der den Heir hat. Den... In-Game-Chat. Der ist hart. Na, schau rein die Impulse auf, man. Ich bin halt nicht verhalte. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Ja, das ist richtig scheiße, die Warte. Pfiuh. Harte Chance. Oh, harte Chance. Ach, Schrim Impulse. Pfiuh. Chance. Pre-fire. So, mal gut. Du, du, du. Du, du. schottieren kein chance zur seite konnte auch viel machen nach sie ist System komm raus komm hei märz oh wie schon mal Flasche mhm mm komm er mal ne zäugschlachtschür hop nice aaaahhhhhh jaaahhhhhh jaaah jaaah das wird so kommt KK los lipos No Happn wegen das kein ein würde Tauzerisch den Zümmeter, oder nicht? Ui, nein, keine Chance. Ja, Stock. So, über die Leuchten. Merci, merci, merci. Du hast einen Kinzer, du hast einen. Nun, du hast den Schwindel. Naja, ich bin dran, ich bin dran, das ist ne. Ich bin dran, du hast was zu führen. Du hast du nie. Du hast es nicht so richtig, ich könnte es nicht sehen. zweiteln das Konrad Kronenbauer als Kontakte Köln der Aussen so Dorn Schöpfen durch die Folgen der Korb das macht es auch nicht um der Gäste Stumpf